Mach es bitte nie. Niemals. Video Du. Einfach bessere Videos machen. Niemals. Rabatte. Rabatte ist so, bitte, 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 bitte kauf mich, bitte kauf mich, schenk mir diesen Auftrag. Es bringt dir nichts. Rabatte bedeutet, das ist Minus von deinem Geschäft. Du hast einen Preis kalkuliert, den du unbedingt haben möchtest. Und wenn du dann noch Rabatte darauf gibst, dann verdienst du doch nichts. Du musst dir zum Beispiel teures Equipment gerade am Anfang leihen, um richtig geile Videoproduktionen machen zu können. Dann bring doch keine Rabatte. Rabatte sagt dem Kunden auch, ach, guck mal, der hat Rabatte. Bei dem läuft es wohl nicht so gut. Das heißt nicht, ja, geil, Rabatte, ich kaufe bei dem. Lass die Rabatte sein. Es bringt nichts. Es schreckt ab. Überall, wo ich Rabatte sehe, denke ich mir, also bei denen scheint es aber auch nicht zu laufen. Ich hoffe, es geht dir ähnlich, wenn du irgendwo Rabatte siehst und machst es bitte selber nicht. Ich würde mich freuen, wenn du noch Fragen hast. Schreib es einfach in die Kommentare. Bis dann, dein Sven Sulik. Ciao.